... und testen, testen, blablabla... Sag was. Bla bla bla... Äh... Phantom, hässlich... Äh... Explosion... Andere Explosion... Blaue Explosion... Rote Explosion... Es geht weiter... Jo... Ähm... Okay, also bevor jetzt dann wieder sowas kommt, der im Hintergrund soll mal die Klappe zu machen... Ich achte jetzt drauf, dass ich die... Fitt euch, ne? Was? Jo... Jo... Ein dummer Kommentar... Kranker Junge... Hallo Slim... Sponsor am Rennen... Ich muss jetzt so ein Rennen fahren, damit ich... Also... Offensichtlich findet ihr unsere Videos scheiße, wenn ich die ganze Zeit rede und wenn Jo... gar nicht redet und alleine spielt, findet ihr es auch scheiße oder was? Ich verstehe euch nicht... Ähm... Also versuchen wir jetzt irgendwie das Mittelding zu finden... Oder auch nicht und ich werde Eishaupt weiter... dann damit ich... ein Auto bekomme... ein besseres... Das ist billig... Ach geil, hab ich noch einen geilen Wagen... Ach geil, hab ich noch einen geilen Wagen... Natürlich hast du das hässlichste Auto von allen... Das schreibt sie in die Comments und ja... Wir werden mal sehen... Ganz nebenbei... Ähm... Ich hab mir Crysis für die Xbox geholt vor ne Weile und ich überleg immer noch, ob ich eine Review dazu schreiben soll, aber ich bin zu faul... Ich weiß nicht, ob jetzt dann im Nachhinein wieder sowas in den Kommentaren stehen wird, so... Oh, rede doch nicht über Crysis, rede doch über Rage oder irgend sowas... Problem nur, ich kann euch nichts dazu sagen, außer dass diese Luftballonteile total hässlich aussehen und schrummig fahren kann... Ich bin der erste... Und das ein... Ja, das sieht man, wie du erster bist... Jaja, Jerome labern nur... Und von letzter an, hier... Und von letzter an, hier... Herr Weißer, dass er schon verloren hat... Ich bin so schnell... Du X irgendwie an jeder Stelle an... Ja gut, ich kann ja nicht Auto fahren... Ja, ich merk's schon... Lass dich sehen, wenn ich dich dann fahren muss, irgendwann... Äh... Oh ne, scheiße... Tja... Jetzt pass auf... Es kommt gleich der eine wahnsinnige hinter dir, der ein besserer ist... Scheiße... Aber ganz knapp... Belohnung erhalten... Capri... Okay, okay... Genauso hässliches Auto... Gut... Denk immer daran, genug Munition zu kaufen... Ich will den Film endlich drehen... Das kostet mich schon an... Naja, wenigstens ist jetzt Wochenende... Ähm... Ja, was kann man labern... Ja... Offensichtlich nicht... Weil darum sich immer direkt für die Leute stellt... Damit die mit ihm reden... Sehr schön... Und Textur anladen nach... Hey, du bist der von BESH TV! Mann, du warst irre! Danke... Soll ich wie jetzt BESH TV gehen? Und dann... Ich geh mal BESH TV an... Nein, dem will ich nicht... Ich guck kurz Mission nach... Kehre zum Sheriff zurück... Okay, der ist da oben... Wie bist denn du darauf gekommen? Ich hab die... Ja gut... Das Ding wird in dem Kampf nicht so leid auseinanderfallen... Nicht genau das Richtige für meinen kleinen Auftrag... Der nachtliche Wachtturm braucht einen Arsch hoch... Wobei die Banditen alles tun werden, um dir die Socken abzujagen... Aber mit dem neuen, besser gepanzerten Wagen mache ich mir keine Sorgen... Ich brauch jetzt noch Munition für den Wagen... Okay... Nein, ich hab keine Munition mehr... Und jetzt kann ich nicht um mich kämpfen... Ich hab bestimmt kein Geld mehr... Ja, ich weiß... Ja, reicht, oder? Achso, ich hab 1000 Schuss schon... TESU-Raketen hab ich auch schon geil... Okay... Wie findest du das bis jetzt eigentlich so? Achso, ich hab ja... Ja, das ist schon gut... Ja, nur gut, oder wie? Doch, das ist schon geil... Äh, der alte Mannsweiler... Okay... Krack... Ähm... Ähm... Wettland... Gut, das fühlt sich aber nicht wie ein Rollenspiel an, aber du musst Munition kaufen und Waffen und sowas... Okay... Also schon irgendwie... Ein Ego-Futter mit guten Rollenspiel-Aspekten, die auch funktionieren... Bestimmt aber nicht so gut wie Batman... Hol dir Batman schon... Ich muss nur gucken, wo ich nicht muss... Was ist die Mission? Habe ich doch gerade eben... Das hatte ich mir gerade auch... Ja, okay... Ja, Joe, man sieht's, wie toll die funktionieren... Die ganzen Rollenspiel-Abschnitte da... Ja, die Ladezeiten sind nur sehr kurz, ich weiß... Ja, die Ladezeiten sind nur sehr kurz, ich weiß... Total kurz, Schaum... Ich hab' doch gerade mit dem geredet... Ja, und jetzt... Ja, was... Ja, und jetzt... jajj Ja, das war von skypey... ich auch beschäftigt und dies wird zu sagen bei ihm erstaunt jetzt von Nordwest ich finde es voll schwul das Prozent dass sie in die zehn welchen Leuten kommt und die sagen wir was und dann musste sie noch mal ansprechen um die Aufgabe der neben die Gestelle zu bekommen ist doch hässlich Nürnberg Entschuldigung gesagt oder was man kann so ruhig reden sehr sind verlassen es ist als 0 Prozent die beiden Gebiete oder ja es ist komm ich habe gehört dass es mit drei Städte gibt es ok so jetzt wie schießt die Nummer geben Prozent auf einem Knopf dann muss ein Knopf an drücken die sind sie wird schon vergessen dass so gut schon auf die sich und unten ab und jetzt die mit das ist sie sie kann es nach wie vor immer noch nicht fahrt das heißt Und wenn du mit dem Warthog einen Halo fahrst, dann sterben wir alle einfach. Und das ist was ganz anderes. Das ist der terrible Warthog-Draw einfach. Asozialer Mann. Ich bekomme Geld, wenn ich nicht alle Dinge kriege. Du hast doch nur eine gewisse Anzahl an Raketen und dem ganzen Zeugs, oder? Ja, und? Ich bekomme Geld, wenn ich sie kann. Ja, lohnt sich das? Nee, ich gehe jetzt weg. Na, siehst du, jetzt hast du umsonst Geld verschwendet. Und du kannst nicht fahren. Ich höre einen Motorrad. Glaubst du nur schon? Ja, und da links unten war so ein Typ. So ein Doktor, der mir ihm geholfen hat. Okay, und das sagt mir jetzt was? Dass er cool ist. Achso, verstehe. Okay. Textur und laden nach. Okay. Und dafür habe ich ein neues Auto gekauft. Yeah. Guck, da muss die Nummer ansprechen. Ist so hässlich. Auf dem Rückweg soll ich aufpassen. Und dafür habe ich ein neues Auto gebraucht. Ups. Nein, ich kann nicht schlecht dran. Weil da warte ich schon mal. Wenn ich sterbe, bin ich nicht schuld. Pff. Was zur Hölle machst du, ey? Ich wollte da hoch springen, ja. Also. Und du kannst immer noch nicht fahren. Ist schwer. Ja. Ja, ja, jetzt kommen die Ausreden schon, gell. Ich fahr immer noch besser als du. Glaubst du? Ja. Martin ist drin, sollen wir den einladen? Ja. Ja, ernsthaft. Ach du scheiße, warte. Ach du scheiße, die bombardieren mich auch. Ach du scheiße. Einer kann sie nicht mehr sehen. Ach du heilige Scheiße. Ich zieh nicht so laut. Vielleicht ist ein behinderter Schrumpf. Das ist nicht laut, man. Wie sie denken alle, das ist laut. Das hätte ich ein Video vielleicht zu einer, aber... Ich bin nicht lange. Es ist. Und er braucht ewig, um zurückzuschreifen. Jetzt sind sie weg. Ich hau ab, ich krieg das Revenue nicht so hin. Aber noch, noch, noch einer. Dafür hab ich jetzt 150 kassiert. Dafür brennt jetzt mein Auto und es kostet mehr als tausend, das zu erbrieren. Oh Gott ey. Oh Gott ey. Ich komm mal gleich. Gerne. Jetzt sind wir allein. So. Geht das zu dritt? Ja, oder? Nee. Ich brauch dann so ein Premium-Shot. Oh Gott, Mann. Ich kann es auch über Livestream schalten, aber dann dauert es länger, bis es eine Verzögerung ist. Nee, das ist hässlich. Dann lassen wir Martin. Ach, die Läden verkaufen Baupläne. Das wusste ich gar nicht. Ja. John kauft die Batman, unbedingt. Warte mal, ich will es reparieren. Das würde... Das ist ja auch nur 79 kosten. Okay, sehr gut. Batman kostet 69. Nee. Was? Nee, das habe ich gesehen. Wenn schon. Es ist Batman, du musst dir das holen. Oder du. Oder du. Schrum, ich habe bis jetzt fast alle Spiele geholt. Du, Mann. Oder du. Nein. Hol dir Batman. Ja, habe ich gesehen. Dann, ja, du bist da. Du hast im Nauern im Canyon bestimmt diese ferngesteuerten Boppen-Autos gesehen. Ja. Das Problem, die Dinger werden vom Schröder-Clan geworfen im gerissenen Vanitenhaufen. Wenn wir den Canyon wieder sicher machen wollen, müssen wir die Typen sterben. Okay. Du musst in ihren Unterschlupf eindringen, wenn wir den Canyon wieder sicher machen wollen, und die Dinger ist nicht zu laut mit dem Tipp. Ja. Ich muss mir selber Bomben bauen, okay. Gayle. Ich muss mir selber Bomben bauen, okay. Okay, dann brauche ich mal ein paar Bomben. Where is the Bunk Motor? Eins, zwei, drei, vier, 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 vier.